höllste der ball die die oder danke dafür einer beides ja bei ner lieber frage kannst du nicht beides sagen beides in spites gleichmarken ist doch egal ja aber nein und kaufen aber gleichzeitig feuerrate und schaden draußen sind noch ganz wertvolle sachen kraftstoff düse nicht bereit ich habe auch nicht mal in real life gesehen wie den smart von der tankstelle losgefahren ist halt noch den schlauch drin hatte das war lustig also es ist nicht wirklich hier passiert aber es ist irgendwie dem halt der komplette tank decke komplett abgerissen der hatte halten sein schön schaden ich kann ja nichts machen manuelle verbindung benötigt bestimmt irgendwas hier mit unserem f-ding hier unten ein guter tank stutzen in gebrauch aber den den kann ich aber nicht in mein vw-caddy reinmachen da kommt noch einer du kommst nicht vorbei wie lange geht das denn und was sind das denn für preise wie viel 1 9 33 politik bei mir ist momentan 1 35 35 6 sogar fast 36 das ist hart fertig wo ist die kasse da kommt gegner achtung dann dahin weiß dann was mich dieser typen an reiner ja auch aber hast du mal hier sniper elite 1945 gespielt noch gar nicht ja da sind so nazi zombies sehen so ähnlich aus leuchtenden augen könnte heiß werden darf ich da rein laufen nein ich habe glaube ich gerade die startsequenz initiiert und weiß nicht wie ich sie wieder stoppe du hast los verschwinde da sagt sie die auch zu mir du brauchst nicht zu gucken wer hier wechseln ganz gemütlich hier brennt da kommen gegner den juckt es nicht komm mal hier muss es doch eigentlich stand ich da drin als der antrieb war jetzt werde ich frage mich nicht ob der boden nicht heiß sein müssten davon nein und nein und nein da ist wieder dorian ich komme nicht durch hier ist die leiter hier ist die leiter gg die startkammer vollständig die startkammer vollständig hd brennen brenn ja aber hier brennt dann hast du an oh shit wo ist er weg mit dir bitte verlassung verlassung ist beantragt oh kacke Junge geh doch mal weg ich kann jetzt da sie nicht aufladen renn renn was oh ich brenne warum brenne ich auf warum sind wir so scheiße wie kann ich in den Fahrstuhl da kommt zwei was tun wir denn jetzt verriegelt scheiße das muss noch drüben kommen es kommt rein 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 kann ich nein du bist da hilfe hilfe ich bin tot ok ich sehe mir den antrieb an äh ich kann nicht krachen ja warum startest du auch ohne mich ich dachte du wärst drünn nein Junge tot ich rufe ich komm nicht vorbei oh nein wir müssen das ganze Ding dabei machen der Pum kann schon mal ausrüsten nächstes mal nicht nachdenken nicht nachdenken das ist keine gute Idee ganz genau durch nein jetzt aufkommen sie nur durch nein ich brenne ich hiel mich ich hiel mich dagegen ok oh der rennt einfach weg das ist doch eine kacke Panta macht mehr Platz ich hab mich einfach gegen gegen gesisst nicht nachdenken ja wo ist er ähm jetzt komm ja durchs Feuer ist schlecht ach das haben wir das letzte Mal auch überlebt ja ich hab aber schon alles aufgebraucht Daniel so hoch los 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 komm ach du bist da rein verdammter was ist denn mit dir falsch du bist falsch ich wo bleibt der aufzug sag mir wenn er da ist ich muss hier wegfalten von dir da da also er ist übrigens schon lange da ja das sagt es doch ich glaub ab jetzt bediene ich die Aufzüge so zum äh Ding da los 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 da rein da rein da rein oh ich brenne oh oh ich brenne Abspüller oh weg mit dir da noch einer ich brenne dein Partner ist gestorben was ich glaub wir sind gerade beide gleichzeitig gestorben ich muss mich mal anders hin setzen das ist mir zu viel Action gerade ich muss diesmal nein mein Mikro sinkt ich würde ich mal auf deinem Forster da sitzen Allah ich muss mich umsetzen oh ich geh schon mal mit den Fahrstuhl runter ja mach nur mein Ständer gibt nach ok das hat sich falsch angehört ich bin unten ne komm ich komme ey was soll das irgendwie muss ich auch nachkommen doch ok diesmal schaffen wir das diesmal diesmal schaffen wir es diesmal schaffen wir es ok los ok los so jetzt 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 was soll das geh doch ich kann sie nicht wo sind sie ok hier ist sicher so nachladen ready ok ich brenne 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 zum Fahrstuhl wo sind sie wo sind sie wo sind sie wo sind sie geblieben hier da kommt zwei ich brenne drauf 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 ich brenne drauf los ich habe ihn direkt gedrückt mir wäre sie egal gewesen ob du drauf bist oder nicht du bist gewusst das ist ein Partner ey naja so Achtung hier brennen wir gleich Oh Achsenmöller Renn 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 Aua NEIN NEIN du musst dich wieder beleben ich kann nicht vorher ich komm los 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 weg mit dir scheiß ich brenne brenne ah du hast mich aufgehalten Nein Junge was ist denn los mit dir du hast dich gestoppt ich könnte nicht weiter laufen das ist eine Lüge wir gehen dann immer von diesem scheiß Punkt ey ey das ist doch eine Kacke man die die wollen uns fertig machen die Hater ja aber endlich so ich schau mal hier die so jetzt machen wir richtige Team Arbeit los 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 jetzt kommt hier oben gleich der Dicke jetzt kommt Dorian fisch hier runter ja startprotokoll wird eingeleitet bitte die Startkammer vollständig der Partner ist zu fett ich bin da ich bin da könntest du bitte das nächste Mal warten danke warum hast du was gewartet ich holz ich holz ich holz ok so hier nein betroffen bleib da unten ist fast da 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 kommt drauf kommt drauf kommt drauf nachladen so jetzt sinds schwer da so aufladen ok Feuer auf hier da kommt gleich Feuer ja das weiß ich da ok los 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 ah ich brenne trotzdem da aber ich hab kein Schattel komm lel drauf 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 jetzt komm ich drück irgendwas ich drück irgendwas phew das schleifentor klemmt wenn das Shuttle startet bevor es sich öffnet verdammt ok ich seh mir den Antrieb an jetzt ist wegen was alles in ruhe hier ich weiß nicht wohin sah richtig aus und wir müssen hier runter ah jetzt hier hier komm 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 wir müssen zeigen wir doch zeig's mir doch und links oh shit oh fuck er geht jetzt weg komm schon komm schon komm schon hier ich mach auf jetzt mach schon ist offen oh mein Gott ich blei hör auf nein bitte nicht wieder bitte nicht bitte 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 nein was ist das denn was ist das denn hey hey Das ist doch langsam nicht mehr komisch hey ey ich hol die anderen wieder oh god und renn Oh mein Gott, warum hab ich mich grad gerollt? Äh, hallo? Kannst runter, kannst runter. Warum gibt's hier denn keine fucking scheiß Mist-Kack-Checkpoints? Oh. Ob sie kommt? Sag doch mal! Frag mich das nicht! Drauf! 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 Boah, ging's hier nochmal weiter? Nach rechts, ne? Ja. Ja. Und da kommt Feuer. Ja, ich weiß nicht. Die zwei Axt-Dinger. Geh weg, Feuer. Ja. Okay. Ich brenne wieder! Was ist das denn für eine elende Kackkacke? Halt dich, halt dich. Ja immer! Weg mit dir! Auf sie kommt! Drauf! Bist du drauf? Bist du drauf? Bist du drauf? Bist du drauf? Da so nachladen. Wenn der Shuttle startet, bevor er sich öffnet! Verdammt! Bist du drauf? Okay, ich seh mir den Antrieb an. Ja, es kann ja nur das oben rechts sein. Da rechts. Ich muss mich schallen einmal. Ready? Ähm, das Geringe. Da vorne rechts. Hier ist die Bank! Aber hier sind scheiß Fischer! Rück, rück, rück! So wie war er der 4 dead, wenn am Ende 5 Tanks gleichzeitig irgendwo sind. Naja. So, das war unten links. Aber hier kann man auch wegen sterben, genau. Komm, los! So, ich weiß nicht, wie ich hier gestorben bin. Da, hier warten. Genau. Da, ich hab Angst gehabt. Pass auf, pass auf, pass auf, da ist noch ein Triebwerk gleich. Komm mal. Wo ich bin. Dann durch. Okay, das brennt nicht, das Triebwerk. Ich sag bloß, wir sind jetzt vorm Checkpoint eben gerade gestorben. Ach komm. Sein scheiß Ernst. Sein scheiß Ernst.